Hallo meine Freunde und herzlich willkommen und ich wünsche euch einen wundervollen Tag und freue mich natürlich mal wieder, dass ihr mit am Start seid heute an diesem wundervollen Tag. Ja, heute gibt es mal wieder Championsraten, gab es jetzt eine Zeit lang nicht, deswegen mal wie immer kurz vorab die Regeln erklärt. Ihr müsst heute sechs verschiedene Champions erraten, ich gebe euch insgesamt vier Tipps. Der erste Tipp ist, ich habe sie jetzt extra dieses Mal so gemacht, dass man anhand des ersten Tipps schon den Champion erraten kann, aber er ist sehr fade, sehr, ja, da ist nicht so viel Fleisch dran, er ist, ja, sehr undurchsichtig, muss man sagen. Wenn ihr es schafft, an diesem schon den Champion zu erraten, bekommt ihr vier Punkte, beim zweiten Tipp bekommt ihr drei Punkte, beim dritten Tipp bekommt ihr zwei Punkte und wenn ihr es schafft, mit dem vierten Tipp, dann wäre es meistens, ja, sehr aufdeckend, dann den Champion zu erraten, bekommt ihr einen Punkt. Ihr könnt dann natürlich mitschreiben oder euch merken, wie viele Punkte ihr mit der Zeit habt und könnt am Ende mal gucken, wie viele ihr so zusammengekriegt habt. Wichtig hierbei ist, ihr dürft nur einmal raten, wenn ihr sagt, okay, ne, ich sage, es ist der Champion, dann könnt ihr natürlich danach nicht nochmal sagen, da müsst ihr fern euch sein, wer mogelt, verliert alles. Fangen wir an und zwar mit unserem Champion Nr. 6, ich glaube, der erste ist relativ einfach, aber das sage ich eigentlich eh jedes Mal. Gut, meine Waffen benutzen keine Munition und dennoch schießen sie. Okay, oh mein Gott, ist das leicht. Holy Shit, also ein heiliger Scheiß ist das leicht. Aber ich denke mir immer so, es gibt halt so viele Champions und vielleicht kommt man nicht direkt auf diesen Champion, aber Leute, wenn es zu leicht wäre, dann sagt es einfach mal. Gehen wir direkt weiter zum zweiten Tipp. Tipp, sie ist so hell, dass sie 6 Sekunden lang Sicht gewähren kann. Ja, Sicht ist, wenn die Augen über einem Ziel sind und man das Ziel quasi immer noch sehen kann, selbst wenn es eigentlich verdeckt worden wäre. Tipp Nr. 3, diese Munition kann außerdem Ziele in einer Linie treffen. Also es ist schon ziemlich einfach, wenn wir wirklich ehrlich sind. Tipp Nr. 4, bald kommt meine Frau auch noch dazu. Also ich gehe mal davon aus, dass es eine Frau ist, ich bin mir fast sicher. Ja, ich gebe euch nur mal 3 Sekunden, 2, 1. Okay, ich denke dieser Channel war halt super einfach, wenn ich es jetzt mal so im Nachhinein überlege. Aber wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr könnt natürlich am Ende auch sagen, ja hey, war zu einfach, war zu schwer. Das ist natürlich Lucian. Er hat ja so Staubsauger in der Hand, damit kann er quasi schießen, ohne dass direkt irgendwie ein paar Projektile, Patronen oder irgendwelche Munition verschossen wird. Und die W, dieser Stern, den er schießt, die ist tatsächlich, ja es ist so hell. Es gibt sogar 6 Sekunden lang Sicht, das wusste ich selbst sogar gar nicht, dass man da Vision auf den Gegner aufbauen kann. Das ist ganz cool, damit kann man echt gut dann in den Busch rein facechecken. Ja, die Q kann natürlich die Ziele in einer Linie treffen und Senna, wahrscheinlich seine Frau, kommt ebenfalls bald dazu. Champion Nr. 5. Ich bin ein Champion, der dort auftaucht, wo du ihn am allerwenigsten haben willst. Sind wir ehrlich? Wenn man richtig viel fantasiert, können das vielleicht schon einige sein. Da muss man vielleicht ein bisschen gamblen, aber... Ja, mit dem einen oder anderen richtigen Gedanken könnte man hier vielleicht auf den richtigen Champion kommen. Es ist possible. Meine Freunde, es ist possible. Akzeptiert das bitte. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Also außer beim ersten. Ich halte meine Waffen immer so, dass sie nach hinten gerichtet sind. Das ist natürlich auch was. Achtet ihr darauf, was die Champions machen, wie sie aussehen? Die meisten spielen sie einfach, aber... Kennt ihr euren Champion? Ich kaufe meine Schminke stets bei Tobi's Beauty Palace. Jetzt im Handel verfügbar. Noch so lange der Fahrrad reicht. Der letzte Tipp. Ich verursache von hinten mehr Schaden. Ja, hierbei, meine Freunde. Ich denke, da brauchen wir nicht lange um den heißen Brei reden. Handelt es sich um Schako. Er taucht dort auf. Ich meine, auch dieses Auftauchen. Das heißt ja, er ist plötzlich da. Das ist ja schon mal ein Indiz. Wo du ihn am allerwenigsten haben willst. Ich denke mal, vor dir willst du ja einen Gegner potenziell haben. Hinter dir? Nicht unbedingt. Deswegen sind da schon Indizien. Und gibt es wirklich Champions? Ihr könnt ja gerne sagen. An welchen Champion habt ihr gedacht? Das würde mich interessieren. Das hilft mir auch immer, euch zu verstehen. Ich muss ja irgendwie diese Rätsel machen. Aber... Er hält seine Waffen tatsächlich immer so nach hinten. Das ist so ein bisschen komisch. Aber er kann damit irgendwie ganz gut fighten und kämpfen. Und ja, er schminkt sich natürlich super krass. Er ist ja so ein Clown. Er hat ja sein Gesicht stets weiß geschminkt. Und er verursacht von hinten mehr Schaden. Den ersten Champion, den habe ich mal... Ich habe einfach mal eine Charakterbeschreibung gemacht. Und dann könnt ihr mal schauen, ob ihr drauf kommt. Ich würde sagen, es ist nicht schwer. Aber schauen wir mal. Tipp Nummer 1. Ich habe grau-weiße Haare. Also okay, das können jetzt wahrscheinlich mehrere sein. Da müsst ihr dann vielleicht draben. Oder braben. Tipp Nummer 2. Ein schwarzes Cape. Ein Cape für alle, die jetzt nicht... Hey Tobi, Cape, was soll das sein? Das ist quasi so ein Ding, was man über den Kopf hat. Sowas wie ein Hoodie. Ja, so ein... Ne, dann... Du, ne? Und trotzdem aber noch hinten wie so ein Umhang. So ein Hoodie-Umhang quasi. So bei Herr der Ringe haben die doch auch immer Capes gehabt, oder? Die Hobbits und Aragorn und alle einfach. Alle, jeder. Eine blaue Waffe. Das ist Tipp Nummer 3. Das erinnert mich daran, dass ich mir noch ein Waffeleisen kaufen wollte. Oh, ein Sandwich-Maker wäre insane. Da hätte ich richtig Bock drauf. Oh, Sandwich-Maker mit Salami und Käse. Oh, da... Oh, ja. Tipp Nummer 4. Es ist... Kalt. Damit haben wir diesem Champion auch abgehakt. Und zwar ist das nämlich... Aschi. Oder auch Ash. Oder auch Asche. Äh, ja. Sie hat grau-weiße Haare tatsächlich. Ein schwarzes Cape. Eine blaue Waffe. Und kalt ist natürlich ihre... Ja, alle ihre Spales sind mehr oder weniger kalt. Sie ist gerade auch etwas broken. Ich muss sagen, ich wollte sie erst anhand ihrer Splash-Arts erklären. Aber in ihrem Splash-Art ist sie tatsächlich komplett blau. Beziehungsweise so... Hat super blaue Klamotten an. Und im Spiel ist sie einfach schwarz-gold. Ja, gut. Interessiert wahrscheinlich niemand von euch. Wollte ich einfach mal sagen. Weil irgendwann bei... Wer wird mir nachher kommen, dann bestimmt... Ja, ähm... Nennen sie ein blaues Splash-Art. Und dann sagt ihr Ash. Ist dann aber Fiss gewesen. Schade. Gut. Weiter. Denn es ist ja... Jetzt habe ich fast den Namen gesagt. Dieser ist ein bisschen... Ja. Ähm... Möglich. Möglich-schmöglich. Tipp Nummer 1. Es trifft dich wie ein Wespenstich. Und schmerzt dann eine Weile. Immer. Wieder. Seid ihr schon mal über den Rasen gelaufen und in eine Biene getreten? Das schmerzt übel. Ich, bei mir ist das schon mal passiert tatsächlich. Es war echt... Also ich... Das... Ah, ne, Leute. Ne. M-m. War scheiße. War übel scheiße. Ich meine, muss man auch übel Pech haben, oder? Man... Man kann ja auch von oben auf die Biene treten und dann zersplattert die einfach, oder? Du musst ja richtig in den Stachel reintreten, oder? Es kann sogar so sehr schmerzen, dass man kurz ins Schwanken kommt und kaum noch was sieht. Tipp Nummer 4. Jeder hasst Wespen. Ich glaube, das ist halt legit, oder? Also ich habe mich ein bisschen aus dem Fenster gehoben damit, aber jeder hasst Wespen. Oder gibt es irgendjemanden, der sagt so, ja, ne, Wespen sind voll cool. Ja, bei diesem Champion handelt es sich tatsächlich um Timo. Es trifft wie ein Wespenstich und schmerzt immer wieder. Ist natürlich alles so ein bisschen eine Hinleitung auf Bimo, muss man sagen. Aber auch, wenn er dich ständig mit seinem Spuckrohr, das ist ja... Das sind so Pfeile, sind ja... Das ist wie so ein Stich, der dich trifft und immer wieder, immer wieder... Er macht wieder... Und es schmerzt, weil es dotet, dotet. Es macht immer wieder Damage. Ja, und das mit dem über den Rasen laufen ist so eine Hinleitung. Ich weiß nicht, ob ihr draufgekommen seid. Ich denke mal, ihr habt einfach an Biene gedacht. Biene, Timo, Bimo. Aber, ja, ihr lauft durch die Kluft und lauft über eine Biene, also einem Timo-Pilz und explodiert. Und es schmerzt wie Sau. Ja, und manchmal, er kann natürlich auch blinden, dann sieht man kaum noch was. Und jeder hasst Wespen und jeder hasst Timo. Das passt wie Faust auf Biene. Champion Nr. 2. Also Top 2. Der letzte. Also vorletzte. Der ist, glaube ich, ein bisschen weirdo. Aber mal gucken. Unter gewissen Umständen werde ich stets verfolgt. Das ist schon... Ja, da muss man, glaube ich, schon... Ja, also... Aus meiner Sicht aus kann man auf den Champion kommen, aber... Tipp Nr. 2. Ihr könnt natürlich gerne zwischen euch auch kurz anhalten, wenn ihr sagt, okay, ich brauche noch zwei Sekunden. Die sind jetzt aber auch vorbei. Ich kann ein Gerät werfen, was Schaden verursacht und Gegner verlangsamen kann. Tipp Nr. 3. Ich schlage ein Gerät in einen Bereich und unter anderem verlangsame ich Gegner. Oder vielleicht auch das Gerät. Tipp Nr. 4. Erst dashe ich und dann blinke ich. Okay, meine Freunde, hierbei handelt es sich um Echo. Ja, er wird von seinem Klon stets verfolgt. Unter gewissen Umständen. Sobald er sein Ultimate geskillt hat, läuft er ihm ständig hinterher. Und das mit dem Gerät, muss man sagen, auf LoL-Wiki steht tatsächlich Device. Er wirft ja auch irgend so einen Flux-Kompensator. Er wirft ja irgend so einen Scheiben, keine Ahnung, was für einen Teil. Und das slowt den Gegner. Und er schlägt dann auch so eine Kartusche oder irgend so ein rundes Gefäß in einen Bereich. Und unter anderem. Natürlich Stunt es auch, aber wenn ich sage, ja, okay. Er wirft so einen Bereich und dann kommt eine riesige blaue Kuppel, die slowt oder stunt. Und schildet. Das ist natürlich ein bisschen too much gewesen. Ja, und seine E ist natürlich, dass er dashed und blinkt. Und damit, meine Freunde, kommen wir zu Platz Nummer 1. Den, ja, wahrscheinlich, ja, er ist schon schwierig. Ich glaube, er ist schon schwierig. Lass mal, lass mal einfach sagen, er ist schwierig. Und vielleicht sagt dieser, nee, Tobi, der war voll einfach. Gut. Tipp Nummer 1. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Freunden. Tobi, Tobi, das ist am Momo. Stopp, ich bin noch nicht fertig. Denn sie verstärken mich. Oh mein Gott, ist das einfach. Aber okay. Ich dachte, ohne dieses Verstärken mich wäre es zu schwer. Sind wir schon da? 33% erhöhtes Tempo. Tipp Nummer 3. Kennt ihr dieses Spiel Oxformberg? Das haben wir damals in der Schule gespielt. Da ist eine Person am Hallenende. Und immer, der muss sich immer umdrehen und zählen oder irgendein Lied singen oder irgendwie sowas aufrufen. Und sobald er fertig ist, darf er sich umdrehen. Und in der Zeit, wenn er sich umdreht, darf sich niemand mehr bewegen. Und jeder, der sich bewegt, fliegt raus. Also der muss wieder hinten an die Wand, zurück. In der Zeit können die dann nach vorne rennen. Und ja, dieser Spell von diesem Champion, der macht im Prinzip genau das, sich die Figuren nicht mehr bewegen. Oh mein Gott, ist das einfach. Okay, und der letzte Tipp, machen wir jetzt mal fein liefertig hier. Meine Maske gleicht einer Steckdose. Ich denke, damit ist alles gesagt. Wir haben hier Bart. Ja, er sucht natürlich die ganze Zeit seine Meeps und sie verstärken ihn. Das ist, da ist er immer auf der Suche. Sind wir schon da. Das ist so, wenn mehrere Leute durch das Portal reisen und die werden um 33% stärker gemacht. Und sein Ultimate, die macht natürlich, dass alle Gegner eingefroren werden. Wenn ich das nicht vergesse, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es vergesse, ist allerdings sehr, sehr hoch. Doch, da könnt ihr oben rechts jetzt eure Punkte angeben, wie viele Punkte ihr geschafft habt. Ihr könnt mir jetzt sehr, sehr gerne sagen, hey, Tobi, das war viel zu einfach. Oder hey, Tobi, das war viel zu schwer. Und Tobi, das Video war wahrscheinlich auch viel zu lange. Ich habe, muss ich ehrlich sein, viel zu lange und den heißen Brei geredet. Aber wir haben auch jetzt gerade 0.15 Uhr bei mir. Und ja, außerdem habe ich auf meinem Zweitkanal jetzt Cities and Skylines hochgeladen. Und werde auch andere Videos noch hochladen. Weiß ich noch nicht genau was, könnt ihr gerne sagen. Wenn ihr da Bock habt, schaut doch einfach mal auf meinem Zweitkanal vorbei. Es wird fantastisch, meine Freunde. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, einen wunderschönen guten Morgen oder was auch immer ihr habt. Ich habe euch lieb. Vergesst das niemals. Auf Wiedersehen und tschüss. Auf Wiedersehen und tschüss. Auf Wiedersehen und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017